Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs liebevolle Kommentieren, für die Wertschätzung, die ihr mir und meinem Kanal in Form von Spenden und Buchungen entgegenbringt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, liebe Jungfrau oder der, die du hier auf eine Jungfrau schaust, heute schauen wir wieder gemeinsam, wie es denn in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Monat Oktober bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du hier auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemanden, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass hier deine Energie liegt, hier die Energie deines Gegenübers, hier euer Miteinander und dann habe ich noch ein paar Orakelkarten erbieten. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann dreht dir das bitte um, dann ist das Spiegel verkehrt, das kann passieren. Es ist auch wie immer eine allgemeine Legung, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht und ich versuche wie immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht immer gelingt, dann dreht euch das bitte um. Da ich hier als Frau sitze und für euch fürs Kollektiv lege, deute ich die weiblichen Karten immer für den Zuschauern, die männlichen Karten für das Gegenüber, egal welchen Geschlechts du bist. Ich versuche aber immer das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist und dass ihr euch das besser in eurer Situation umdenken, umdrehen und umdeuten könnt. Zu dieser Legung gibt es auch wieder eine erweiterte Legung auf Vimeo, den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pin dir das auch nochmal in den Kommentaren an, wenn du gerne wissen willst, wie es mit deinem Herzensmenschen weitergeht. Gut, dann ist soweit alles gesagt und wir starten in deine erste Karte im Monat Oktober. Und dann habe ich hier die Kraft. Du kommst im Monat Oktober wieder in deine Kraft, in deine Stärke, in deinen Mut. Du regenerierst dich auch wieder, also so in deine Kraft kommen ist auch die Energie gemeint, also wieder zu Kräften kommen, auch körperlich zu Kräften kommen, spirituell zu Kräften kommen. Ich glaube, das war bei vielen jetzt so die Sommermonate, die haben uns ganz schön was abverlangt, auch energetisch. Und jetzt kommst du hier wieder in Schwung, du kommst hier wieder in deine Kraft. Verbindest dich ja auch mit deinem Höheren Selbst, hast in der Vergangenheit viel dir den Kopf zermordert. Ihr Jungfrauen, ihr seid auch viel im Kopf, viel denken, viel auseinandernehmen, viel Hypothesen bilden. Ich habe meinen Mond in der Jungfrau, ich weiß, wovon ich rede. Ja, ihr habt euch hier viel den Kopf zermordert und viel Verstrickungen hier im Kopf gehabt. Die Kraft kann übrigens für das Sternzeichen Löwe stehen. Aber hier findest du irgendwie einen Weg, dich mit dem Höheren Selbst, mit deinem Höheren Selbst zu verbinden. Das bedeutet, du hast Zugang zu deinem Seelenplan, zu deinem Seelendrehbuch, was deine Seele möchte, was dein Herz möchte. Und das wird ein Moment sein, wo du ganz losgelöst bist, wo du ganz bei dir bist, wo du geerdet bist, wo du in deiner Mitte bist, wo du ein Zeichen bekommst, wo du einfach Zugang hast, wo der Weg nach oben frei ist, wo du vielleicht gerade mal nicht denkst und wo die Botschaft von oben nach unten durchratteln kann. Also da hast du gute Verbindung zu deinem Höheren Selbst, was denn dein Herz und deine Seele möchte. Wie das Drehbuch deines Lebens, wie das Drehbuch deiner Seele, dein Seelenplan aussehen soll. Und dann habe ich hier das Aster-Schwerter und dann kannst du ganz plötzlich klare Entscheidungen treffen. Das Aster-Schwerter schenkt dir hier Chancen und Möglichkeiten auf Kommunikation, auf Klärung, auf klare Entscheidungen, auf einen klaren Neuanfang, auf einen klaren Neubeginn. Und du hast hier auch deine Hand auf dem Globus. Also du hast hier die Hand auf deiner Welt. Also die hat irgendwas mit Berührung zu tun. Das hat schon was mit deinem Seelenplan zu tun. Also hier hältst du ganz genau die Hand auf deiner Welt, wie das für dich in Zukunft weitergehen soll. Du fängst hier auch an zu schreiben. Also wenn diese Info hier kommt, rate ich dir das aufzuschreiben. Vielleicht führst du auch Tagebuch. Vielleicht schreibst du dir auch solche spirituellen Momente, Ereignisse und Zeichen, die du bekommst, auf. Also du wirst im Monat Oktober viel haben, was an Infos von oben kommt. Und ich rate dir, dass du dir das aufschreibst. Das wird dich weiterbringen in deinen Seelenplan. Und das wird dich weiterbringen, wie du deine Welt, wie du dein Leben gestalten möchtest. Das wird hier viele Entscheidungen mitbringen, wo du dich vielleicht lange schwer getan hast oder wo du vielleicht gar nicht dran gedacht hast. Also es könnten wirklich sehr schöne Dinge von oben auf dich zukommen, wo du dann ganz klare Entscheidungen treffen kannst. Vielleicht fängst du ja auch an, dich weiterzubilden oder zu schreiben. Also das könnte alles Mögliche sein. Es sind sehr, sehr schöne Sachen, die hier von oben kommen und die du dir aufschreiben solltest. Könnte auch in Träumen sein. Und du hältst ganz sehr an deinem Leben, wie du das gestalten möchtest, fest. Schöne Energie. Bist gut bei dir. Und dann habe ich hier die 3 der Kelche. Während du gut bei dir bist und dich nur mit dir beschäftigst, könnten im Außen ganz, ganz viele Anwärter da sein. Hier habe ich die 3 der Kelche. Sonst ist die 3 der Kelche immer mit drei Frauen dargestellt. Das ist das erste Kartendeck, wo ich hier drei Männer sehe. Und also du könntest viel Bewerber haben im Monat Oktober, viele Anwärter haben im Monat Oktober, die hier alle mit einem gefüllten Kelch auf dich zukommen. wollen und möchten und hier gerne in dein Feld möchten, gerne in dein Leben möchten, gerne an deiner Seite sein möchten. Und ja, mit dir feiern gehen möchten, das Leben genießen möchten. Du bist hier aber ganz sehr bei dir. Du bist hier ganz sehr mit dir beschäftigt. Und dann habe ich hier die 5 der Stäbe. Also du wehrst es auch ab. Die 5 der Stäbe ist so die Karte, dass du das abwehrst. Das ist so wirklich so eine innere Abwehr, wo du gerade denkst, nee, will ich gerade nicht, habe ich gerade keine Zeit dafür. Ich bin gerade mit mir beschäftigt. Wenn du hier jetzt gerade sagst, nee, ich schaue hier doch aber das Liebesorakel. Und weil ich wissen will, warte es erst mal ab. Das kann hier im Oktober kommen. Da interessiert dich das vielleicht gar nicht, was so gerade in der Liebe los ist, weil hier spannendere Dinge auf dich zukommen, liebe Jungfrau. Also du wehrst es hier auch ab. Also die 3 der Kelche kann auch so eine Dreierkonstellation darstellen. Das sehe ich aber hier gar nicht. Ich habe hier mehrere Anwärter, die gerne in dein Feld kommen möchten, die aber keine Chance haben. Du wehrst es hier ab, weil du gerade mit Wichtigeren beschäftigt bist. Das ist dir einfach gerade wichtiger. Das ist sehr bedeutsam. Und wenn du mal so einen Download von oben hast, dann wirst du wissen, was ich meine. So, dann schauen wir mal bei deinem Gegenüber. Dann habe ich hier die 4 der Kelche. Also bei deinem Gegenüber, also zwischen euch könnte es mehrere Chancen gegeben haben. Mindestens 4. Ihr könntet hier vielleicht auch 4 Versuche gehabt haben, 4 Anläufe gehabt haben, so eine On-Off-Geschichte haben. Und irgendwie war irgendein Kelch immer nicht stimmig für dein Gegenüber. Da war das nicht richtig, dann hat das nicht gepasst, dann war es die falsche Zeit. Dann hat man sich auf andere Dinge konzentriert, vielleicht auf die Arbeit. Also immer war irgendwas. Das geht aber jetzt allerdings in die Transformation. Hier war auch jemand gefühlt nicht wirklich anwesend. Hier schwebt jemand, sieht sehr apathisch aus, desillusioniert. Und also hier arbeitet aber gerade das Universum mit seinen Helfern dran und versucht hier jemand wieder auf die Erde zu bringen. Hier ist auch jemand nicht geerdet. Das ist so völlig abwesend, habe ich das hier. Das ist so die 4 der Kelche, das ist so die Karte, die Schmollkarte. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden, aber dieser Mensch, auf den du hier schaust, der kriegt das auch gar nicht richtig mit. Na, hier ist jemand nicht wirklich geerdet. Hier ist nämlich jemand wirklich gar nicht richtig anwesend, richtig da. Und dann habe ich hier den Parcheta-Schwerter, kann ein Luftzeichen sein, Wassermannsbelinge oder Waage. Hier experimentiert auch jemand. Was ich hier bei diesen zwei Karten reinbekomme, weil ich hier so Essenzen habe, wo jemand damit experimentiert. Also hier könnte sich auch jemand gerne mal wegbeamen. Hier könnte sich auch jemand gerne mal berauschen. Das habe ich hier bei deinem Gegenüber. Und immer mal so ausprobieren, gewisse Sachen, gewisse Substanzen. Ihr wisst, von was ich rede. Könnte auch Alkohol sein. Hier könnte sich jemand abschießen. Hier könnte sich jemand wegbeamen, um hier nicht auf dem Boden der Tatsachen zu landen. Und hier will jemand das Leben nicht fühlen, nicht sehen, nicht leben. Also hier beamt sich jemand sehr, sehr oft weg. Das habe ich hier bei diesem Parcheta-Schwerter bei deinem Gegenüber. Und dann habe ich hier die 9. Stäbe und dann fällt es jemand auch ganz, ganz leicht, sich hier abzugrenzen. Man freut sich dann drüber. Ach, das habe ich ganz, ganz leicht, ganz einfach abgewährt. Die 9. Stäbe, das ist die Karte, wo man sich so einen Zaun um sich herum baut, dass ja niemand an einen rand kommt, aus Angst wieder verletzt zu werden. Also hier will auch jemand seine Ängste nicht fühlen. Deswegen beamt man sich hier weg. Und dann ist es ganz, ganz leicht, das Außen abzuschirmen, abzugrenzen. Also hier hat es mit jemandem zu tun, der gar nicht richtig da ist, der dich gar nicht richtig mitkriegt, das Leben gar nicht richtig mitkriegt. Hier berauscht sich jemand, hier beamt sich jemand wirklich sehr, sehr oft weg. Na, ist klar, dass du dann sagst, und ich beschäftige mich jetzt mit mir. Du brauchst dich ja nicht wegbeamen, du brauchst dich ja nicht zu berauschen. Deine Infos, die kommen so durchgerasselt von oben. Da brauchst du keine Substanzen. Du bist so gut mit oben verbunden, da brauchst du nichts extra einzuwerfen. Dann schauen wir mal an eure gemeinsame Energie. Dann habe ich hier den Herrscher. Also der Herrscher kann für das Sternzeichen Witter stehen. Das ist so eine beherrschende, kontrollierende Energie zwischen euch beiden. Das könnte dein Gegenüber sein in einer nicht berauschenden Energie, wo man mal nichts hier zugeführt hat. Und dann ist hier jemand sehr beherrschend und kontrollierend, auch was seine Gefühle betrifft. Also dieser Mensch könnte sich oft nach außen abgeschirmt haben, was das Fühlen betrifft, auch aus Angst heraus. Alles immer kontrollieren wollen, alles beherrschen wollen, sich selber, dich, diese Verbindung. Aus Angst einfach das fließen zu lassen, weil man nicht weiß, was dann kommt. Und weil man nicht weiß, ob man wieder verletzt wird. So eine Energie kriege ich hier rein. Und so eine bestimmerische Energie kriege ich hier auch rein bei diesem Herrscher. Und dann habe ich hier die vier der Stäbe. Aber es ist zwischen euch eine Verbindung, die wieder in eine Hochzeit kommen möchte. Kann auch für eine Hochzeit stehen. Das ist hier eine Verbindung, wo jeder seine zwei der Stäbe mitbringt und schaut, ist das kompatibel. Und diese Verbindung möchte schon gelebt werden. Also das könnte vom Universum schon so eingefädelt sein, so geführt sein. Das ist ja auch eine eheähnliche Verbindung, eine Verbindung auf Augenhöhe, wo man miteinander lebt, die Liebe lebt, die Liebe genießt, wo man miteinander feiert, wo man jetzt kann auch für Zusammenziehen stehen, für Familiegründen stehen. Also das ist das, was man so ein bisschen... Und wo man so aber auch die Hand drüber hält, wo man sagt, ich weiß nicht, bin ich dafür schon bereit? Wo man das gerne nicht aus der Hand geben möchte, diese Entscheidung. Es könnte von deinem Gegenüber ausgehen, ob das hier stattfindet oder nicht. Und dann habe ich hier die Zehn der Kelche. Aber hier ist eine große Liebe da. Hier sind viele Gefühle da. Hier habe ich auch wieder die Familie, der Überfluss in Sachen Liebe. Also diese Verbindung ist auch geführt und beschützt. Also ihr könntet gerade euer Ding machen, ihr zwei, aber von oben habe ich das schon, dass diese Verbindung gewollt ist. Mit den Zehn der Kelchen, der Überfluss in Sachen Liebe. Hier auch wieder eine Familie. Vielleicht seid ihr eine Familie, wollt ihr eine Familie gründen. Wenn du sagst, Kinder spielen ja keine Rolle, kann man ja auch zu zweit eine Familie sein. Also hier... Ja, oder hier ist jemand, der dir ganz genau sagt, das möchte ich. Ich möchte hier diese eheähnliche Verbindung, vielleicht auch mit einem Gelübde, eine Familie zusammenziehen, das volle Paket. Also, dass das jemand genau dir so straight sagt, obwohl ich das... Entweder ist das ein ganz anderer Mensch hier oben oder das ist halt dieser Mensch, der hier mal nichts zu sich genommen hat. Drücken wir es mal so aus. Aber trotzdem auch so ein bisschen kontrollierend, beherrschend und hier so über alles die Hand haben wollen. Also so das Zapter nicht aus der Hand geben. Na, das kriege ich hier. Auch so das Oberhaupt der Familie sein und... Ja, so was kriege ich bei diesen Menschen hier rein. Und dann habe ich hier Re-Energize. Ja, also sich regenerieren, wieder zu Kräften kommen, wieder die Energie tanken, wieder die Batterien aufladen. Na, das habe ich ja bei dir. Du kommst hier wieder zu Kräften und dein Gegenüber hat ja vielleicht auch auch einiges auszureinigen, zu entgiften. Na, sag ich mal hier. Darf man wieder zu Kräften kommen. Hier darf man wieder zu sich selber auch finden. Hier darf man wieder seine stabile Mitte finden. Na, und sich nicht immer von der Erde wegbewegen und hier in die Lüfte schwingen. Na, was ich hier so habe. Also hier darf man wieder zu Kräften kommen. Diese Verbindung darf auch wieder zu Kräften kommen, weil hier, also von oben habe ich, das ist schon so gewalt, diese Verbindung. Du hast wahrscheinlich im Oktober keine Zeit dafür, weil dir ja spannende Dinge passieren. Aber also hier, du sollst wieder zu Kräften kommen, dieser Mensch, und dann soll diese Verbindung hier wieder zu Kräften kommen. Und dann habe ich hier, bleib dir selbst treu. Also hier darf jeder von euch beiden wieder zu Kräften kommen. Na, also nicht, die eigene Kraft, die man noch hat, für den anderen abgeben. Na, also sich so Energie abziehen lassen. Also bleib in deiner Energie, bleib in deiner Mitte und das, was du darüber hinaus noch übrig hast, das kannst du hier investieren. Aber nie von deiner eigenen Lebensenergie, von deinem eigenen Lebenssaft geben. Na, und dir immer selber treu bleiben, dich eher auch nicht verändern, führen gegenüber. Also Liebe ist das, man kann den anderen annehmen, mit seinen ganzen Macken, mit seinen ganzen Fehlern. Na, man kann auch sagen, also das ist wirklich, passt mir nicht so, aber ich liebe dich und damit kann ich eben leben. ne, also sich nie verstellen oder sich ändern wollen. Ne, also wenn hier jemand natürlich ein Suchtverhalten hat, dann wäre es schon wünschenswert. Ne, also das ist ja, das ist ja eine andere Geschichte. Aber so authentisch sein. Bleib bei dir, bleib dir selbst treu. Und ja, also bin ich gespannt, wo das noch hingeht hier, mit dieser Verbindung, mit diesem berauschten Menschen, der sich dann hier eventuell als Herrscher zeigt. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie geht es denn mit diesem Menschen hier weiter im Rausch oder außerhalb des Rausches? Was denkt denn dieser Mensch über dich? Was fühlt denn dieser Mensch für dich? Wie kommt denn dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zu? Wann wird denn das ungefähr passieren? Und wie solltest du dich denn am besten in dieser Verbindung verhalten, damit das Ganze positiv voranschreiten kann? Dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinde das auch nochmal in den Kommentaren an. Wenn wir uns dort wiedersehen, würde ich mich ganz, ganz sehr freuen und euch allen anderen wünsche ich einen wundervollen Oktober. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss!